Gut, ich weiß schon mal, wo der Exit ist. Hilft mir nix. Aber ich weiß, wo so eine schöne Lampe ist. Und ich weiß, wer sie sich jetzt nimmt. Zack, Kittertot. Und ich weiß, wo eine schöne Truhe ist. Ich weiß, wer sie jetzt plündert. Ich wünsche, dass wir hier nicht so laut. Oh, und ich weiß, wer da irgendwo ein Generator ist. Und ich weiß, wer versucht. War da gerade. Ja, ich weiß, wer ihn nicht erledigt. Alter. Keine gute Idee. Sorry. Oh, keine gute Idee. Doch, ich habe noch gesehen. Verdammt. Ich hatte ja gehofft. Ich hatte ja sehr viel Hoffnung. Mann, möge diesen Noob hier vom Haken holen. Bevor er stinkend wird. Sehr schön. Ein Generator. Ich mag es, wenn Generatoren fertig werden. Aber das war immer der Nähe. Das ist angenehm. Das war so. Jetzt kommen sie alle. Das war so klar. Richtig. Wollt ihr mich heilen? Wollt ihr nicht? Ja, ihr wollt mich heilen. Äh, betatschen natürlich. Betatschen. Ding, ding, ding. Und ich fang wieder um. Äh, ja. So, mir ein anderer Generator. Oh, den habt ihr schon. Den suche ich mir nicht. Dann nehme ich das tot und da. Ah, du hast Fenster erwischt. Das ist mir der schlimmste Tod. Wie so ein fetter Fisch. Hast du mich gerade dick genannt? Fett doch nicht. Fische sind doch mager. Jetzt jammer nicht. Jetzt jammer. Okay, ihr habt Spaß. Ich suche mir was zu tun. Okay, hier ist nix. Doch, da ist noch ein Totem. Also, wenn ich Fisch bin, dann bin ich definitiv mager. Und rede Quark. Schön an den Totems ist, sie erfordern seltenst ein Skitschick. Ah, fuck. Aber diese Kraftausdrücke ist schlimm. Ja, du hast recht, mal zu dir gehen. Die redet immer noch irgendwo in Kila rum. Oh, da. Knapp. Oh, da. Ich habe das Gefühl, er hat... Nee, er hat er nicht. Ja. Schöne ist es, ein schöner Camperkiller. Äh, Kinder zum Campen. Das war jetzt nicht so effektiv. Ach, nicht unsichtbar. Ist okay. Oh, fuck. Das kannst du auch in unsichtbaren Stadion... Na gut, dann laufe ich lieber weg. Verdammt! Falsche Richtung. Dazu müssen wir mal ein Generator, aber das ist auch gut. Ich habe das Gefehl. Ich kann schon mal... Zum Glück brauche ich gerade keine Hand an der Maus. Ach, ist ja nett. Freil dich. Da kommt er. Da, da geht's. Dann geht's dir gleich. Normalerweise kann ich, wenn ich geheilt werde, auch nicht weglaufen. Das ist immer so doof. Reiner Zufall, dass ich gerade hier lange aufkomme. Finde ich aber ganz gut. Escape ist am Ende ein Escape. Irgendwas, was man noch fix mitnehmen kann, hat man jetzt... Da hängt schon wieder einer. Ja, wir versuchen es. Und wir wurden auch schon zweimal abgenommen. Ach, da wäre auch noch die... Äh, dies, alles klar. Jetzt kommt er da her. Äh, will jetzt natürlich direkt. Ja gut, dann lassen wir das dann direkt heim. Oder fasst heim. Oh, bewegt dich. Ich habe das, weshalb ich hergekommen bin. Ich kann gehen. So. Verlinken es. Käpte mit Wessel. Like. Share. Subscribe. Sag Hallo live auf Twitch. Bleib aktuell. Folge auf Twitter, Facebook, Mastodon und anderen. Links in der Beschreibung. comme輕 Payment. Like. Deine. Verlinken. Auslados. Auslados. Auslados.